Tja Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Versuche nicht zu lachen als Minecrafter dich, Freunde. Heute noch mal zusammen mit dein Crimex, was geht? Was geht ab, Leute? Und ich würde sagen, Freunde, wir labern nicht lang drumherum. Lasst euch mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich glaube, die letzte Folge 600.000 Klicks nach einem Monat. Junge, was geht denn jetzt ab, Alter? Maschallah. Aber heute wird noch schmackhafter. Clips worden wieder rausgesucht. Wie viel Leben machen wir? Wir machen ein Leben, okay? Ein Leben, jetzt Real Talk ohne Lachen. Okay, weißt du was? Wir machen eine Bestrafung. Gewinner darf aussuchen unter was für einem Video der Verlierer was kommentiert. Okay, okay. Aber egal wem. Okay. Du wirst bei sieben Aktien einen Kommentar schreiben. Ja, Dinger. Äh? Unangenehm. Gut, dann starten wir rein. Bist du bereit? Ja. Okay, warte, ich muss kurz meinen... Mal kurz durchatmen, okay. Let's go. Okay, so spielt Mädchen Minecraft. Ich darf auf jeden Fall nicht lachen, Leute. Real Talk. Have fun, guys. A few inches later. Ayo, tiii! Yo! Das ist mein Fuchs Walter. Das ist dein Fuchs Walter? I got him in my creative world. Cause in survival day one away. Okay. Oh, look, he's sleeping. He's so cute. Oh, der süße schläft. I love him. Come on, Walter. Ähm, Walter? Walter? This is my Fuchs Walter... Hallo? Ja, alles gut. Mhm. Hm, das passt doch. Sehr satisfying. Mhm. Wie random. Aber auch nicht. Schlecht. Ja. Wenn jetzt gerade keiner von uns lachen will. Baut Obsidian ab? Nö, ich muss auch eigentlich nie lachen, weil er nicht lachen challenge ist, deswegen. Hm, perfekt. Hä? Ja, hat Day King richtig einen Kracher wieder rausgesucht hier? Ja, hat der die Sniper her? Das fragt man sich. Pizza hier! Oh! Oh! Ah! My ears! I love my... Ja, doof, ne? Wir haben gebrochene Beine im End. Hm. Minecraft. Ah! Das ist gerade so random irgendwie. Also, er wird halt vom Creeper hochgejagt und macht jetzt ein Spiegelei. Ich weiß auch noch gar nicht, ob was das hinauslaufen soll jetzt. Ah, das ist ein harte Clips, das ist so mein Humor, weil es einfach so random ist. Ist so dumm wirklich. Ist einfach so dumm. Ist einfach nur dumm. Aber egal, nicht lustig. Weiter. Okay, okay, gente, adios. Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible un corazón? Oh, bruja, mata. Puedes curar. Wow, okay, okay, vete, vete, vete. Oh, zombie, perfecto. ¿Me puedes matar? Un golpe, por favor. Estoy mamado. ¿Qué? Eso. Hä? Was ist das? Was war das? Está mamado. Digo, no, no, no. Okay, vamos al cap. Uh. Waaah. Hä? Oh. Einfach alles super random. Hm. Blablabla. 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 Digga, eins zu eins. Hatten wir die nicht letztes Mal schon mal? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Psss. 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 Hat der gerade... Hallo? Ja. Hast du gerade gelacht? Nee. Doch. Na, ich hab nicht gedacht. Okay. Psss. Psss. Ah, ganz okay. Psss. Jünger, wie viel Angeweile muss man haben? Jünger, du lachst doch. Es lacht nicht. Bro, ich hör nur... Ja, Bro, ich hab Atemnot. Ich hab's nicht im Auge, Jünger. Ich weiß gar nicht, wie sie sich anhören. Bro. Hat der alles nachgemacht, oder was? Digga, wie lange geht dieser Clip? Warum redest du so komisch? Alles gut? Wie lange geht dieser Clip? Ah. Was ist denn? Oh mein Gott! Diamonds. Junge, du lachst doch, Junge. Digga. Nein, das war nur so... So ein Schnaufer. Digga. Jo, wahrscheinlich mit Knochenmehl. Bro, was ist das schon wieder? Ja. Ja, das sind schon wieder diese random Dinger. Er hat einfach... Guck mal, er hat einfach das Meer gefarmt. Ja, ja. Das ist schon wieder so komplett random. Er baut das Meer ab. Ja. Normal. Normal in Minecraft. Äh. Iron Golem? Äh. Jünger, die sind so verstört, diese Clips. Er hat einfach eine UNO-Karte plus vier. Ja, da war der Gast. Das war das randomhafteste, weil ich es seit langem gesehen habe. Äh, äh, äh. Jünger, wann ist das zu Ende? Willst du nicht mal lachen, Lukas? Ich lachen? Ja. Warum soll ich denn lachen? Ist doch bekannt für das Lachen. Ich? Nee, da hast du dich verhört. Also... Wüsste ich jetzt nicht... Ein YouTube-Logo ist ein Lachen. Nee, nee, nee. Okay, Pio, wie der eigene Freund? Hä, der dich immer schlägt. Oh, ich hasse das, ne? Wenn man sich... Ja. Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Safe. Denkst du, er hat seine Sachen zurückbekommen? Glaube nicht. Oh, ne. Oh, ey. Ja? Nee, alles gut. Ich war nur etwas verwundert über das Nether-Portal. Er schießt jetzt einen Ambus. Ah, ja, klar. Ich muss einfach die ganze Zeit tanzen zu dem Beat. Jünger, was soll tanzen? Ja. Ja. You let that one friend build the house. Okay. Der eine Freund. So ein Alpha-Stein. So ein Alpha-Stein hat das jetzt gebaut. Pass auf. Safe kommt was krasses, oder? Okay, doch nicht Alpha-Stein. Das wäre ich gewesen jetzt auf der YouTube-Wennseite zum Beispiel. Ja. Boah, Bro. Ey, das war ohne Witz. Früher war das immer Revi. Bro, keine Ahnung warum. Der Typ ist komplett durch, aber der kann krass bauen. Ja? Und der hat immer so geile Häuser gebaut. Ich hab's gar nicht gedacht. Ja, das war... Bro, ich hab immer so aus Dirt einfach so 3x3 so ein Block. Perfekt. Is Obsidian. Höh? Obsidian in real life? And it was used in the Stone Age to make tools and weapons. It's mostly silica. Hey, warte. Es gibt wirklich Obsidian in echt? Ja, Bro. Wusstest du nicht? Ich dachte, das wäre so ein Minecraft-Ding. Nee, es wirkt so schwarzer Stein. Okay, krass. Safe. Wenn die Jungs kreativ gehen, aber sagen, es ist ein Survival Server. Das kennen wir auch. Ah. Ether Portal. Oh, oh, Gewitter draußen. Oh, what's this? Junge. Das ist einfach ein Hotdog-Stein. Glizzy. 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 Hä? Geht denn die Treppe hoch oder runter? Hä? Stimmt. Hä? Und die, guck mal, wie die Fackeln sind. Irgendwie... Lol. Ah, okay. Krass. Er hat an die Decke dabei geschaut. Greifen Bienen Wither an? Nee. Äh, mit dieser Avengers-Musik. Boah, tschüss. Oha. Okay, wie normale Leute über Lava drüber gehen. Klassiker kennt man. Gerade im Nether einfach bauen. Ja, Dream, Junge. Jo. Okay. Okay, sorry, MLG-Meister. Äh, ähm... Der hat den Block geklaut! Bro, er hat den Block geklaut! Oh, mein Gott! Oha, Enten-Mod! Ähm... Jo. Krass Animation. Say hi, Byrne! Ja, gut. Da kam der Ender-Drache. Warnung-Diamanten. Okay, warum Warnung? Ist doch gut. Warnung-Diamanten. Das ist doch schon wieder Prank. Jo, wahrscheinlich. Trank, die zu weit gehen. It's lit. Oh, wow. Look at that, man. Bro, das waren wir bei Stunny Space. Grüße gehen raus. Oh, no. Schade, das ist der Wacker. Oh, no, never again, boys. No! Oh! Natürlich. Das ist auch so krass. Man kann ja richtige Songs in Minecraft machen, ne? Ja, das ist echt krass. Hey, Ross, what have you got there? A knife! Okay. Bro, er spielt Minecraft! Hä, wie geht das? Was? Wie geht das, Leute? Hä? Ich glaube, das ist einfach der kleinste PC oder Monitor der Welt. Ja. Das ist ja alles in einem. Fege. Oha. Okay, was macht der da? Da oben ist ein fliegender Fisch. Ach, er muss nachbauen. Speedbuild. Boah, Junge, sowas ist krass, ne? Oh, dein Vater. Fege. Deinem Bruder? Junge, was baut der da? Ich habe gemeint, wie er sich freut, weil er einen Funkshops genommen hat. Aber war gut. Wie er sich freut, ey. Junge, der Junge ist so geil. Oh, du hörst, ne? 64 Bits. 32 Bits. 16 Bits. 8 Bits. 4 Bits. 2 Bits. 1 Bits. 1 Bits. 2 Bits. Okay. Ey, ohne Witz. Diese kleinen Baby-Zombies sind die nervigsten Zombies in ganz Minecraft. Sie sind cracked. Sie sind cracked. Sie sind cracked. Lol, das ist einer mit einem Dreizack. Ey, das ist der Endgame-Aberbe-Zombie. Der Typ, by the way, der spielt immer so eine Hardcore-Welt. Er stirbt jetzt wegen dem. Nein. Oh mein Gott. Are you a Hardcore-Welt Ende? Alter, der Arme. Der Arme. Ey, ich hab noch nie gesehen, dass so ein kleiner Typ so was haben kann. Und vor allem, wie viele er hatte. Der war geisteskrank, OP. Bro, der hat auch Damage gemacht. Krass. Okay. Typ kommt nach Hause. Free Diamond. Junge, wenn irgendwo ein Schild ist mit Diamanten umsonst. Mit einem Ebel. Klickt niemals diesen Ebel. Soll kann man da niemals hingehen? Äh. Okay. Hello, young lady. Bro. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what's all... Okay, guys. The campfire house. They said I couldn't do it, but I did. Let me show you inside. First of all, we got a bed here. In the chest, we have campfires, of course. Let me show you the basement. We got a jacuzzi with... Der war knapp, der war ganz knapp. War ein schönes Haus, ne? War ein sehr schönes Haus, ne? Der beste hat mir seinen Husten gefallen. Ja, ja, das... Das war in, äh, Seus Kampfarena, wenn sich die Leute wieder fetzen wollten. Ja. So, letztes Mimierz hier. Wer ist er jetzt? Der hat den als Totem gemacht. Einfach Totem, Digga. Warte mal, geht das? Du kannst ja Custom Totems machen. Also könnte ich aus Spaß... Ja, aber, dass der auch so geflogen kommt, könnte ich auch aus Spaß dein Gesicht einfach machen. Ich glaube, das geht. Bro, wie geil ist das denn? Ich habe ja jetzt auch einen Custom Totem schon gemacht. Hast du auch? Nee, ich noch nicht. Ich habe so einen kleinen iCrimax-Skin in der Hand. Okay, das ist geil. Okay, warte. Hey, Karussell. Ey, das hat doch keiner von uns gebaut irgendwann, ne? So was ist wild. Hä, wie kann man sowas denn bauen? Jo, wahrscheinlich. Krass. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das war es mit dem heutigen Video. Hat irgendwer jetzt gelacht? Ich glaube nicht. Es war, ich glaube, es war sehr oft kurz vor dieser, wirklich ganz kurz vor der Grenze. Aber gelacht hat keiner, Freunde. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal Bestrafungen für die nächste Challenge in den Kommentaren. Wir brauchen die krassesten Bestrafungen, die ihr habt. Wir sehen uns morgen. Haut da rein. Schaut euch bei Max vorbei, Freunde. Und bei den originalen Videos. Und Peace. Ciao. Outro